herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von let's play war thunder let's play together mit dem uwe und mir hallo heute wieder flugzeug schlacht ja was hier ist kein bock ich war halt ja du hast eigentlich recht alle fliegen kreuz und quer hier ja ist der panzer fahren eigentlich viel cooler ich bin bester gucken wie lange noch gut da ist der uwe ja aber ich bin jetzt fliegen geht auch der fugliness startet den angriff was schießt du an hast du einen bomber ne normalen jäger aber ich hab halt eine bombe dran gehabt also einen halben bomber ja einen schnellen bomber jetzt ist kein bomber mehr ach die letzte schon nicht mehr auf ja doch schon aber es braucht sechs minuten ich denke sechs minuten halte ich nicht durch sechs minuten treffer wo sind wir mit seiner roten spur da ist er von was werde ich denn angeschossen abschlusshilfen super und trotzdem fühle mich so schlecht abschlusshilfen geben mir überhaupt keinen punkt was sind die denn abschlusshilfen die post abschlusshilfen bringt eigentlich gar nichts das ist mir okay was ist mir helfen den jäger zu stören gutes gefühl ja eine feindliche basis wurde schon zerstört da unten ist so ein schiff uuuhu das war fast beiden gegangen ich sehe gar keine doch da ist ein gegner da schießt mich grad an lol da ist er direkt hinter mir fuck meine kunstflüge haben ihn nicht beeindruckt ich greife jetzt an sag mal hat der gegner nur eh ne basis das geht sofort denn ja philip wo sind denn die gegner alle ich sehe ich sehe jetzt bin ich abgeschossen fliegen die alle oben rum oder was ich weiß nicht vielleicht besteht komm gehen wir mal auf ich komme wir Ja, da kommst du rein, Willi. Wenn du dort bist, bist du schon längst gut. Ich gebe jetzt noch mal extra Gas. Ich werde trotzdem langsamer helfen. Was ist denn das? Ach nee, die Höhe wird weniger. Gas geben, Anführungszeichen. Er soll immer gar kein Gas geben. Ich bin tatsächlich zu spät da. Drüben ist der Feind. Fliege sind. Feuerbunker. Meine Waffe klemmt. Deine Waffe klemmt. Weil du verklemmt bist für den Bomber. Ah, Waffe klemmt nicht mehr. Geht nicht auf. Dein blöder Bomber, flieg jetzt nicht von mir weg. Ich wünschte abschießen, bleib hier. Weich legen. Jetzt, jetzt, jetzt richtig. Jetzt. Von was zum Teufel werde ich angeschossen? Ich bin zerstört, cool. Sturzflug. Auf dem Fake Strange. Fake Strange. Weich. Wachsen Sven. Nee, auf den geh ich. Auf den geh ich, auf den. Nee, auf den geh ich ja. Ja, Spitzfeuer. Fuck. Oh, nö. ach komm wir haben einen bomber ich bin neu starten so wo sind denn noch ein paar fahrzeuge von denen die wir kaputt machen können da sind vorzüge die hole ich mir die rutsch der philip warte los ich habe zehn bomben die müssen jetzt zehn vorzüge zerstören 11 20 missionstil abgeschossen müssen das eine feindliche basen also stört er stimmt ja ohne flug haben jetzt kaputt machen dann haben wir gewonnen die komm jetzt macht ich bestimmt keine mehr kaputt Blutzeugkollision. Frechheit. Bodeneinheit zerstört. Endlich kann ich mal was. Sehr gut, Philipp. Du bist der Macher. Ich hoffe nicht insgeheim, dass wenn man jetzt hier in der Pfiff jetzt gut ist, ja, dass es Spaß macht, dann über Lust auf der Banderschlacht. Stimmt. Zerstören! Alle zerstören! Alle zerstören! Meine Bordschützen, die machen halt einfach gute Leistungen. Schon drei kritische Treffer. Ey, 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 ey. Ich glaube, der Feind hat mich aufgegeben. Oh ne. Jetzt kommt er wieder. Nein, die haben einen Schützen ausgeschaltet. Flugzeug zerstört! Alter, meine Bordschützen. Der greift an. Meine Bordschützen. Du nicht. Ich habe ein Flugzeug zerstört und den Boden erhellt und bin immer noch letzter. Was muss ich denn noch alles machen, um besser zu werden? Panzerschlachten spielen. Panzerschlachten spielen. Ganz viele. Ja. Du verfolgst wohl einen Dämoninoid? Ah ja. Kennst du das? Soll ich dir helfen? Das ist meine Kähle. Ja. Sicher, dass das dein Kühl ist? Ja, eigentlich schon. Absolut. Absolut, Hilfe. Machst du das jetzt oder was? Ja, natürlich. Hast du gesagt? Sicher, dass das dein Kühl ist? Nein, du. Ich wünsche dir, dass du abgeschossen wirst. Ganz ehrlich. Ich habe gewalt in der Füße hier. Ich habe sie auch aufgefallen. Oh, meine Mutter ist ausgefallen. So habe ich auch bloß eine Abschüsshilfe bekommen. Wie ist das? Wie ist das? Oh, bin ich ja ohne Schüb. Säge hierher. Ich bin ein Sägeflieber auf der Welt. Geil. Auch schön, so ein Ball aus schön träge geblieben. Schön, ja. Winke. Ist ja nicht so ein Ding. Ich habe schon die Pumpe verwerfen. Scheiße. Flugzeug verlassen. Aber mit dem habe ich einiges gerissen jetzt hier. Zwei Abschüsshilfen. Ne, zwei Flugzeuge glaube ich zerstört. Oder eins bloß. Mal gucken. Und besser als du. Ne, E-Flugzeuge blüsterstört. Schade. Besser sehe ich den Sack. Und Kugel geklaut. Ja, das ist die Ungeheuerlichkeit des Jahres war das. Das machen wir nicht, Philippe. Guck mal, warum verlieren wir? Dass man mit dir nicht spielen kann. Warum verlieren wir? Ja, was ist ohne? Ich verstehe diese Punkteregelung nicht. Ganz ehrlich. Ne, das ist bei Panzerschlachten einfacher, ne? Da verstehe ich die ohne. Ja, das ist doch schon. Die Punkte einnehmen. Wir haben sogar noch. Wir haben einen ganzen Punkt noch. Die haben nur noch ihren Flughafen. Ja, wir haben auch nicht verloren, Philippe. Ich versuche es nochmal, eine Bombe auf den Flughafen abzuwerben. Sehen, ob das nochmal was bringt. Unsere Tickets gehen zumindest nicht zurück gerade. Ja, sie ist unser... Wir haben einen Knabbersieg. 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 Eigner Platz in Team 13. Deiner? 15. Ich bin Luftschlachten doof. Lassen wir lieber Panzerschlachten. Ich bin besser. Erforschung... Warte mal. Ich habe gerade ein neues Flugzeug freigeschaltet. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall... Ich habe nicht ein DU-217-J1. Ah. Das ist überschätztes Ding. Hallo. Hallo. Das habe ich jetzt freigeschaltet. Anstatt der... Das ist das gleiche wie die BF-110 C4. Aha. Das heißt, ich rüste den mal anstatt den aus. BF-110 ist auch besser. Die fühlt sich besser ein. Philipp. BF-110? Ja, nee. Die lasse ich aber spielen. Ich tue den jetzt auch noch anstatt... Hallo. Warum kann ich den auswählen? Ah. Das sei so. Achso, warte mal. Ich bin hier noch gar nicht fertig mit angucken. Jetzt so. Ah. Jetzt kann ich DU-217-J1-Mannschaft auswählen. Und anstatt MC-200-Serie... Ja, genau. Silvner kann ich das mal angucken. Uh. Schönes Flugzeug. Uh. Oh. Guck die Kocher an. Uh. Also jetzt... Das gibt es in der nächsten Folge zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.